Hey Leute, da bin ich wieder in Modern Warfare 3. Zur Zeit läuft ein Event, die Hordenjagd, das könnt ihr im Multiplayer, in MWZ und in Warzone spielen. In Warzone ist es ein bisschen anders als im Multiplayer oder in MWZ. Da spawnen nämlich keine Zombies, Höllenhunde und Mimika, da öffnet ihr einfach nur Kisten und sammelt dann Knochen und Schädel ein. Das ist übrigens die schnellste Methode, um schnell die entsprechenden Mimika-Schädel einzusammeln. Da habe ich übrigens in zwei kurzen Runden, weil ich schnell gestorben bin, über 30 Mimika-Schädel einsammeln können. Im Multiplayer ist es wirklich ein Krampf, diese Schädel einzusammeln, weil die Mimika nicht ständig spawnen. Und dann habt ihr noch eine Menge Camper, die euch dann abfarmen, wo ihr diese Mimika einsammeln wollt oder Schädel und Knochen. Das ist eine Mimika, das Brötter. Stürf! Jetzt verdammte Scheiße! Guckt euch das an, was soll denn das? Und da schafft ihr, wenn ihr Glück habt, als Teamleistung vielleicht 5 im Durchschnitt. In MWZ ist es natürlich so, da müsst ihr natürlich wissen, wo die Mimika spawnen. Empfehlenswert ist, glaube ich, wenn man Infiziertenfestungen macht, dann hat man immer ein, zwei Mimika, die man erledigen kann. Oder eben, ihr macht halt Kopfgeldaufträge, aber die sind natürlich momentan auch rar gesät, weil jeder diese Mimika erledigen möchte. Und deswegen sind diese Aufträge dann auch weg. So, das Problem, wieso ich dieses Video mache, ist diese exklusive Untotenbelohnung. Verfluchte Munition. Ja, um diese Munition freizuschalten, müsst ihr nämlich 200 Mimika erledigen. So, und das ist schon eine ziemlich anstrengende Sache, wie gesagt, wenn man nur Multiplayer spielt oder MWZ, weil das, was euch am Ende erwartet, ist wirklich sehr ernüchternd. Es handelt sich bei dieser Munition tatsächlich nur um einen Skin für eine Munitionskiste in der Feldausrüstung, die ihr wahrscheinlich im Warzone oder im Multiplayer aktivieren könnt. Das war's, mehr nicht. Ich zeige euch das aber mal in meiner Klasse. Hier ins Ausrüstungsmenü. Sturmgewehr. Hier ist die Feldausrüstung, da gehen wir drauf. Und dann wählen wir hier die Munitionskiste aus. So, hier ist die Standard-Munitionskiste und hier ist der Skin. Den wähle ich jetzt aus. Und wenn ich dann draufgehe, sehe ich dann, dass dieser nun verändert ist. Das war's. Was zur Hölle soll das? Warum muss ich mir hier einen Arsch abschwitzen? 200 Mimika erledigen, teilweise, um nur einen Scheiß-Skin für diese Munitionskiste zu kriegen. Man kann natürlich am Ende dieses Events auch diesen wunderschönen Skin freispielen. Aber wer ihn schön findet, Geschmäcker sind hier verschieden. Das ist übrigens der neue Operator-Skin für Swagger in Cortec, falls ihr ihn sucht. Okay. Ja Leute, was sagt ihr denn dazu? Also ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht über das Event. Das ging ja alles noch hier, aber das hier ist schon wirklich eine harte Nuss. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg noch bei dem Event. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah. Saat dan?